Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe unseren Vortrag heute Unser Geld heute und Vollgeld genannt. Das ist auch so die Zweiteilung, die ich vorhabe durchzusprechen. Sprich, erstmal anzuschauen, was ist das bestehende System? Welche Probleme gibt es? Welche Akteure gibt es? Und dann in die Lösung, in den Lösungsvorschlag des Vollgeld reinzugehen, den darzustellen und dann auch zur Diskussion zu stellen. Vielleicht ganz kurz vorab zu mir. Ich heiße Simon Sonnenberg, bin beim Universitative e.V. schon seit Jahren Mitglied und seit eineinhalb Jahren verantworte ich die Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit. Der Universitative e.V. selber ist 2012 in Berlin gegründet. Wir haben hier unten stehen, Geld geht uns alle an für ein nachhaltiges, stabiles und demokratisches Zusammenleben. Und wir fördern Bildung, Forschung, Vernetzung, alles rund um das Thema Geld, Geldsystem. Rechts sieht man ein paar Publikationen, die wir machen. Wir machen viel Aufklärungsarbeit, wir beteiligen uns in der Diskussion rund um beispielsweise das digitale Zentralbankgeld, gehen da mit dem Bundestagsabgeordneten und mit anderen Playern und Verbänden in Diskussionen und Debatten und versuchen da einen Beitrag gemäß unserer Satzung und unserer Sichtweise darzustellen. Veranstaltungen, Konferenzen, relativ große in Stockholm, in Frankfurt etc. Alles vor dem Hintergrund, das Geldsystem verständlicher zu machen, was leider häufig nicht der Fall ist. Und genau damit würde ich eigentlich ganz gerne noch starten, mit einer schönen Insel, mit einem schönen Beispiel. Kennen viele schon aus der Ökonomie, aber wir machen einfach eine ganz kurze Gedankenreise zum Start. Wir sind auf einer wunderschönen Schifffahrt, dann passiert es, Unwetter, das Boot kentert, kein Problem, alle können flüchten, das Leben ist dankbar, jeder kommt an der Insel an, niemand ist, was passiert. Und jetzt befindet sich diese kleine Gruppe auf der Insel und jeder fängt nach seinen Möglichkeiten an, etwas beizutragen zur Gruppe. Einen sammelt Bananen, der nächste sein Feuerholz und so weiter. Und irgendwann im Laufe der Zeit kommt auch in dieser Gruppe die Frage auf, wie bewertet man Leistungen, wie verteilt man die Ressourcen, darf derjenige, der mehr Bananen sammeln kann, mehr für sich beanspruchen etc. Und dann setzt sich die ganze Gruppe ums Lagerfeuer und erinnert sich daran, was es noch vor der Insel gab. Und es war Geld, nur hat natürlich keiner eins mitgenommen, weder Geldscheine noch in irgendeiner Form, was digital ist. Trotzdem ist man sich einig, dass das Geld als Tauschmittel, als Lösungsmittel vielleicht sogar auch, um auf der Insel diese Probleme zu lösen, nach wie vor sinnvoll sein kann. Nur gibt es kein Geld, das heißt irgendjemand muss es erzeugen und in irgendeiner Form und derjenige muss es auch verteilen. Und dann gibt es drei Gruppen auf der Insel, die sich bereit erklären zu einem Vorschlag. Die würde ich einfach ganz kurz vorstellen. Die erste Gruppe sagt, wir erzeugen das Geld. Ob das Geld jetzt Bananenblätter sind, die geritzt werden oder Stöcke, das ist gar nicht entscheidend. Und leihen es denjenigen, von denen wir glauben, dass sie es am besten verwenden. Sie zahlen es uns dann später zurück, plus einen kleinen Aufschlag. Die zweite Gruppe schlägt vor, wir würden das Geld erzeugen und bezahlen jemanden immer dann, sobald er oder sie was für die Gemeinschaft arbeitet. Und die dritte Gruppe schlägt vor, dass sie das Geld erzeugen würde. Und immer, wenn sie neues Geld erzeugen, egal wie viel es ist, geben wir an jeden den gleichen Anteil aus. Und jetzt ist die ganze Gruppe, sprich die ganze Gesellschaft ums Lagerfeuer und hat die schöne Möglichkeit, über das Geld, das sie zukünftig haben werden, abzustimmen, basierend auf den drei Vorschlägen. Es gibt noch viel mehr natürlich theoretisch, aber bleiben wir bei den drei. Und vielleicht einfach ganz kurz, ohne jetzt super zu durchdenken, wer wäre für Variante 1? Für Variante 2? Für Variante 3? Okay, das heißt, für Variante 1 wäre niemand und zwischen 2 und 3 ist es ein bisschen geteilt. Ich mache das ganz häufig auch in Workshops. Es kommt selten Variante 1. Jeder vermutet schon, dass wir Variante 1 aber in einer abgewandelten Form letztendlich haben. Und das ist auch der Status Quo, mit dem wir heute leben. Warum dieses kurze Gedankenexperiment? Weil es einfach ein paar Sachen aus meiner Sicht ganz gut aufzeigen kann. Und zwar erstens ist die Frage, wer Geld, gerade in der Gesellschaft, in der wir heute leben, wo wir alle es brauchen, sie jeden Tag benutzen, der oder die eine macht sich davon mehr frei oder weniger, aber keiner macht sich davon komplett frei. Das heißt, wir brauchen es alle und irgendjemand muss es erzeugen, es fällt nicht vom Himmel. Und diese Frage ist für eine Gesellschaft von extrem hoher Bedeutung. Und dafür bedarf es aber auch eines Verständnisses. Alle auf dieser Insel oder alle in einer Gesellschaft, wie funktioniert es? Wer erzeugt es? Was sind die Kriterien? Wir haben verschiedene Vorschläge gehört. Was bedeutet denn, von dem wir glauben, dass sie es am besten verwenden? Da ist es ein ganz offenes Konzept, am besten verwenden. Nach welchen Kriterien? Was heißt am besten? Nach welchem Gesellschaftsbild? Welchem Leistungsbild? Welchem Menschenbild? Dahinter bewerte ich am besten? Und wie transparent mache ich diese Bewertung? Und wie rechenschaftspflichtig bin ich, wenn ich das vielleicht dann doch mal anders mache? Wer sagt der Gruppe, dass diejenigen, die das Geld erzeugen, es nicht fälschen? Und, 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 und. All diese Fragen sind damit schon eigentlich aufgeworfen. Und all diese Fragen lassen sich ganz, ganz gleich auf unsere heutige Gesellschaft auch übertragen, weil es wesentliche fundamentale Fragen sind. Und aus meiner Sicht das Schönste an dem Lagerfeuer ist, dass alle Beteiligten zumindest ums Lagerfeuer sitzen und darüber abstimmen. Und das ist eine Frage, die werden wir uns im weiteren Vortrag auch anschauen. Inwiefern machen wir das heute eigentlich? Oder wann haben wir das gemacht? Und wie demokratisch legitimiert ist dieses Geld, mit dem wir alle leben müssen, leben dürfen, leben können? Wie schon gesagt, der Status Quo ist eben die Variante eins. Eine Gruppe erzeugt das Geld und leiht es denjenigen, von denen Sie glauben, dass Sie es am besten verwenden werden. Das heißt, mit einer Laie ist schon mal die Rückzahlpflicht verbunden. Das heißt, wir haben schon mal immer Schuld oder Kredit. Gehen wir nachher auch näher darauf ein. Jetzt ist ja aber die spannende Frage, wer ist denn wir? Also, wer erzeugt das Geld? Wer ist diese Gruppe, die es vorschlägt im heutigen Status Quo? Und wie wurde das beschlossen? Man saßen wir überspitzt ums Lagerfeuer. Das schauen wir uns jetzt an, welches Geld es heute gibt, wie es entsteht und wer es erzeugt. Es gibt den Publikumsverkehr, das Publikum sind heute in der modernen Gesellschaft alle Nicht-Banken. Wir als Privatpersonen, Staaten, Unternehmen sind im Publikumsverkehr, sprich Nicht-Banken. Bei uns zirkuliert Bargeld vor allem. Das kennen wir alle physisch, Banknoten, Bankscheine, Münzen. Das ist greifbar, es ist gesetzliches Zahlungsmittel, es ist gesetzlich geregelt. Auch dazu nachher mehr. Das zweites Schiralgeld, auch das kennen wir. Wir zahlen ständig mit Karte. Der Anteil an Schiralgeldzahlungen, an Kartenzahlungen nimmt stetig zu. Das Bargeld schwindet immer weiter. Das sind die beiden gängigsten Formen, die kennen wir jeden Tag. Ständig ist die Entscheidung, habe ich Bargeld oder zahle ich mit Karte? Das ist digitales Geld und hier steht es auch schon, das ist größtenteils privates Geld. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Geldarten. Größtenteils digital. Es beginnt bei E-Geld über Geldmarktfonds bis hin zu Kryptowährungen in tausendfacher Ausgestaltung. Stable Coins und auch das digitale Zentralbankgeld wird immer mehr diskutiert. Ich würde mich aber angesichts dessen, dass die ersten beiden Geldarten nach wie vor auch in den Geldmengen Arigaten das Wesentliche ausmachen und wir es im Alltag am meisten benutzen, darauf beschränken wollen. Sprich, die Geldmenge setzt sich heute primär aus zwei Geldarten, sprich aus dem Bargeld und aus dem Schiraggeld zusammen und damit auch aus zwei Geldkreisläufen. Und beide Geldkreisläufe und Geldarten haben unterschiedliche Geldschöpfe und unterschiedliche Geldemittenten. Das heißt, wir haben im Endeffekt ein Geld erster Ordnung und Geld zweiter Ordnung. Das Geld erster Ordnung kommt von Zentralbanken, deswegen die kleine Zentralbank, falls es nicht leserlich ist, da steht ZB. Das ist staatliches öffentliches Geld. Das sind unsere Münzen, das sind unsere Geldscheine und das sind Guthaben von Banken auf Zentralbankkonten, sprich Zentralbankgeserben, mit denen wir im Publikum aber nie hantieren, deswegen gerade auch nicht aufgeführt. Die werden alle von den Zentralbanken erzeugt im Euro-Raum von der EZB, vom europäischen Zentralbanksystem und größtenteils auch verteilt, sprich an die Banken weitergeliefert. Münzen haben grundsätzlich eine Sonderrolle, die sind aber so verschwindend gering im Geldmengenanteil, dass wir die mal ausklammern würden, vielleicht kommen wir später in Diskussionen dazu. Die Münzen haben einen Sonderstatus, der ganz spannend ist, stellen wir jetzt auch mal hinten an. Die Münzen und die Geldscheine sind einziges gesetzliches Zahlungsmittel mit Annahmezwang, das ist das Bundesbankgesetz §14, da ist es geregelt. Das ist unser gesetzliches Zahlungsmittel ist, um mit den Zentralbankreserven auch Geld erster Ordnung. Handeln wiederum nur die Banken, da sie das Schiralgeld im Interbankenhandel, wenn die Banken untereinander abrechnen, ihre Salden machen etc. Schiralgeld natürlich nicht akzeptieren und die Banken beziehen dann wiederum das Bargeld von den Zentralbanken. Das zweite Geld, das ist das Schiralgeld, das ist Geld zweiter Ordnung sozusagen. Das zeigt sich schon daran, dass ich gesagt habe, dass die Zentralbanken es unter anderem niemals benutzen, um irgendwas abzurechnen in die Banken. Das ist Schiral oder Buchgeld. Früher stand es in Büchern, heute wird es schiriert, das heißt es steht auf unseren Girokonten primär. Es ist nicht physisch, es existiert lediglich in Bilanzen, wie gesagt früher in Büchern, heute in Computern. Es ist digitales Geld und wird von Geschäftsbanken erzeugt und auch verteilt. Buchgeld ist aber kein gesetzliches Zahlungsmittel und es gibt auch keine rechtliche Regelung für das Schiralgeld. Das sagt die Bundesbank ohne Umschweife in ihrem FAQ zur Geldschöpfung. Sondern es ist lediglich ein Anspruch und eine Forderung auf die Auszahlung von gesetzlichem Zahlungsmittel. Gesetzliches Zahlungsmittel ist Bargeld, Münzen oder Scheine. Das heißt, wir haben auf unseren Konten mit Schiralgeld größtenteils einfach nur eine Forderung an die Bank, dass sie uns wirklich gesetzliches Zahlungsmittel auszahlt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja und, es ist doch egal. Geld ist eine Glaubenssache und wir alle akzeptieren es und ob ich jetzt jemand bar bezahle oder mit Kartenzahlung, wenn er es hinnimmt, ist doch alles gut. Kommen wir gleich dazu, was daran zum einen problematisch ist und wie gesagt im Kern, wir haben jetzt nur zwei, drei Punkte herausgearbeitet, ganz kurz, ist es nicht das Gleiche und es wird auch fälschlicherweise komplett gleich behandelt von uns. Nur mal eine ganz kurze Größenordnung zu geben, das Bargeld macht, hier steht drei bis 15 Prozent und das Schiralgeld 85 bis 97 Prozent. Die Differenz deswegen, es kommt darauf an, schaue ich mir den Euroraum an, schaue ich mir Deutschland an und welche Geldmengeaggregate nehme ich dazu. Was relativ klar ist, der absolute Großteil unseres Geldes im Publikumsverkehr ist Schiralgeld, sprich größtenteils privates Geld, das kein gesetzliches Zahlungsmittel ist und das Geschäftsbanken erzeugen. Und Geschäftsbanken sind im Regelfall nicht gemeinwohlorientiert, in keine eingetragenen Vereine und sind gewinnorientierte Unternehmen, was völlig legitim ist, aber es wirft natürlich die Frage auf, ob die das Geld erzeugen sollen, dürfen oder welchen Regeln. Bisschen komplexer, aber auch an sich relativ gut zu verstehen. Wir haben eben auch zwei Geldkreisläufe dadurch. Wir haben einen Geldkreislauf, sind quasi die Kunden im Publikum, das sind alles Nicht-Banken, wie gerade schon besprochen. Wir können mit den Banken in der Mitte, können wir im unbaren Publikumskreislauf, kann man das schon technisch nennen, können wir mit Schiralgeld, kriegen wir das Schiralgeld von den Banken und wir können untereinander da mit dem Schiralgeld hantieren und wir können es auch wieder zu den Banken fließen lassen. Zentralbankreserven, das ist ein ganz eigener Geldkreislauf, der findet nur statt zwischen den Zentralbanken und den Banken. Genauso wie wir bei unseren Geschäftsbanken Girokonten haben, hat jede Bank bei der Zentralbank ein Zentralbankkonto und hat darauf Zentralbankreserven. Das Bargeld, das fließt hier so in Schwarz von links nach rechts und von rechts nach links durch. Das ist quasi im Endeffekt einfach nur noch eine Auswechsel- und wieder Einwechselmenge, könnte man sagen. Das fließt von der Zentralbank über die Banken an uns im Publikum und es kann auch wieder komplett bis zur Zentralbank durchfließen. Das sind zwei Geldkreisläufe, das heißt, wir haben mit dem einen nichts zu tun im Publikum. Das ist schon mal per se für viele immer gar nicht so einfach zu verstehen und hat gerade heute extrem viel Auswirkung. Wir sehen das in der Corona-Krise unglaubliche Bilanzerweiterungen von den Notenbanken, in noch nie dagewesenem Ausmaß und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich fragt, wo um alles in der Welt geht dieses Geld hin. Wir reden hier von Billionen innerhalb kürzester Zeit, die die Europäische Zentralbank, die die Federal Reserve in den USA, die japanische Notenbank etc. quasi an Geld erzeugt, über Offenmarktgeschäfte etc. und trotzdem kommt es bei uns noch nicht so wirklich an, man würde ja vermuten, es wird extrem viel Inflation geben. Das hat ganz rudimentär, auch dazu können wir gerne später mehr machen, damit zu tun, dass es diesen zweiten Interbankenkreislauf nie verlässt. Es sei denn, die Banken sorgen dafür. Das heißt, die Banken stehen ja nicht umsonst in der Mitte. Genau. Jetzt würde ich ein bisschen näher noch darauf eingehen wollen, wie die Geldarten eigentlich erzeugt und geschöpft werden. Es gibt so ein ganz, es gibt ein riesengroßes Ammelsorium manchmal an Zitaten, aber John Kenneth Galbraith hat gesagt, der Prozess, durch den Banken Geld schöpfen, ist so simpel, dass der menschliche Geist davon abgestoßen ist. Und er ist im Kern, wenn man es mal gehört hat oder schon gehört hat, ist er auch nicht so schwer zu verstehen. Es wird dann im Detail deutlich komplizierter, aber im Kern ist es relativ simpel. Geldschöpfung, Geld wird größtenteils durch die Kreditvergabe von Banken erzeugt. Nicht ausschließlich, kommen wir gleich mehr dazu. Ich möchte nur vorab einfach mal die Deutsche Bundesbank, die auch vor ein paar wenigen Jahren genauso wie die Bank of England ihre Publikation dazu auch einfach glattgezogen haben. Bis Anfang der 2010er Jahre war das alles andere als klar kommuniziert. Tatsächlich wird bei der Kreditvergabe durch eine Bank stets zusätzliches Buchgeld geschaffen. Die weit verbreitete Vorstellung, dass eine Bank auch altes, schon früher geschöpftes Buchgeld, zum Beispiel Spareinlagen, weiterreichen könne, wodurch die volkswirtschaftliche Geldmenge nicht erhöht wird, trifft nicht zu. Das heißt, Banken brauchen keine Einlagen. Das heißt, Banken sind Finanzintermediäre, das sind sie nicht. Banken müssen keine Einlagen sammeln, um dann Kredite vergeben zu können. Banken erzeugen mit jeder Kreditvergabe neues Geld, erhöhen um diesen Kreditbetrag die Gesamtgeldmenge und sind da natürlich gewissen Restriktionen unterliegen, aber keinen Einlagen und auch nicht der Mindestreserve wie in der multiplen Geldschöpfungstheorie, die größtenteils in der VWL gelernt und gelehrt wird. Die Geschäftsbanken refinanzieren sich hinterher. Die brauchen es nicht vorher, die brauchen auch keinen kleinen Bruchteil vorher an Einlagen oder an Zentralbankgeld. Es wird sich immer hinten raus refinanziert und die Zentralbank refinanziert de facto alles. Was den Geschäftsbanken natürlich ein unglaubliches Potenzial und auch einen Handlungsspielraum einräumt. Der, wie gesagt, beschränkt ist, dazu kommen wir dann gleich. Das ist der eine Teil der Kreditvergabe, den wir jetzt schon mal kurz skizziert haben. Der zweite Teil, wie Geschäftsbanken Geld schöpfen, ist durch Asset-Ankäufe. Hier steht es auch schon dabei, Banken erzeugen Geld nicht nur durch Kreditvergabe. Es wird auch wieder vernichtet, wenn ein Kredit getilgt wird. Das heißt, die Geldmenge ist im Endeffekt die Differenz aus Kreditvergabe und Kredit-Tilgung. Was dazwischen übrig bleibt zu einem gewissen Zeitpunkt, ist quasi die zu dem Zeitpunkt aktuelle Geldmenge. Geld entsteht quasi aus dem Nichts und es wird auch wieder vernichtet bei der Tilgung eines Kredits. Wie gesagt, zudem kann durch Asset-Ankäufe können Banken auch Geld erzeugen. Ich will es gar nicht übermäßig technisch machen, weil wir auch noch viel über andere Sachen sprechen wollen, aber nur um das einfach mal gesehen zu haben, wie funktioniert das, wenn eine Bank einen Kredit vergibt und damit Geld schöpft. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Bilanzverlängerung. Das heißt, de facto, wir haben hier schön im doppelten Buch eine aktiver Seite, passiver Seite und wenn wir jetzt einfach uns vorstellen, ich gehe zur Bank und möchte einen Kredit von 5, da können wir jetzt 5 Millionen draus machen, 50.000, jeder was er gerne hätte, die Bank akzeptiert meine Sicherheiten und es kommt zu einem Kreditvertrag. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Wenn ich sage, Geld aus dem Nichts, heißt das nicht, dass es gar keinerlei, dass es nichts bedingt im Vorfeld ist, bedingt eines Kreditnehmers eines Kreditvertrags, aber das Geld, das dann erzeugt wird durch die Bilanzverlängerung von der Bank, das kommt aus dem Nichts, das war vorher nicht da. Und wird schiriert und in die Bücher geschrieben bzw. de facto in die Bilanz durch eine Bilanzverlängerung. Das heißt im Endeffekt, wir haben hier eine Bilanzsumme von 1.000 und jetzt wird der Kreditvertrag unterschrieben um die 5. Jetzt geht die Bank hin und verlängert einfach auf beiden Seiten die Bilanz um 5. Die Kreditforderungen der Bank steigen um 5, das heißt, sie will von mir 5 zurück, Kredittilgung und gleichzeitig erhöhen sich aber auf der passiven Seite von der Bank die täglich fälligen Sichteinlagen. Sprich, ich könnte ja jederzeit theoretisch jetzt zur Bank gehen, täglich fällige Sichteinlagen, ist mein Geld auf meinem Girokonto, kann ich jederzeit theoretisch im Bargeld ausbezahlt bekommen, sprich in gesetzlichen Zahlungsmitteln oder wie wir es vorhin gesehen haben im Geld erster Ordnung. In dem Moment ist einfach nur die Bilanzsumme gestiegen, wir haben keine Bilanzsumme von 1.000 mehr, sondern nach der Kreditvergabe von 1.005. Diese 5 gab es davor nicht, die Geldmenge hat sich um 5 erhöht, kein Konto der Welt hat sich verringert und die Bank hat auch nicht vorher auf dem Zentralbankkonto nachgeschaut oder die Zentralbank angerufen und gefragt, könntet ihr uns das hinten raus finanzieren, sondern in den regelmäßigen Abständen refinanziert sich dann die Zentralbank. Entweder am Interbankenmarkt bei anderen Banken oder direkt bei der Zentralbank. Genau. Das gleiche gilt, wenn das dann auf eine andere Bank abfließt, angesichts der Zeitvorgabe und des großen Themas, würde ich das einfach mal abkürzen. Ähnlich läuft es bei Asset-Ankäufen von Banken. Immer wenn Banken sich Wertpapiere, Gebäude ankaufen, tun sie das mit selbstgeschöpftem Geld. Bevor jetzt aber das große Banken-Bashing losgehen und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Und der Eindruck entsteht, Banken können tun, was sie wollen. Und sie unterliegen keinen Restriktionen, Geld zu erzeugen. Ganz so ist es nicht. Die Generalgeldschöpfung ist zwar rechtlich in dem Sinne nicht geregelt per se, so wie unser Bargeld über das Bundesbankgesetz geregelt ist, aber es gibt ganz, ganz viele Bedingungen, die eigentlich erfüllt sein müssen für die Banken und die das auch limitieren. Ich möchte ein paar durchsprechen. Erstens, wie wir es gerade schon hatten, es braucht eine effektive Nachfrage nach Geld, sprich, es braucht Kreditnehmer. Wenn niemand zur Bank geht und Kredit aufnehmen will, kann die Bank auch kein Geld erzeugen. Nur, wir leben in einer kapitalistischen Geldwirtschaft, kann man sagen, und wir finden immer Kreditnehmer fast. Das heißt, der Bedarf an Geld ist fast grenzenlos unter den richtigen Konditionen. Das heißt, nichtsdestotrotz braucht die Bank das ohne, und dafür spielt es natürlich eine Rolle, wie bewertet die einzelne Bank die Sicherheiten? Wie sehr traut sie dem einzelnen Kreditnehmer zu, dass er diesen Kredit auch wieder tilgen kann? Da kommt dann die Risikoversion der einzelnen Geschäftsbanken zum Tragen. Aber auch das wird in Boomphasen, wie wir es in der Finanzkrise in den USA gesehen haben, am Immobilienmarkt wird es ständig, werden dann auch die Anforderungen an Kreditnehmer gesenkt, weil jeder mitspielen will, weil jede Bank weiterhin Geld vergeben will und dann mitverdienen möchte. Und dann kriegen auch Leute Kredite, die unter Normalphasen niemals einen Kredit bekommen würden, weil sie eigentlich überhaupt nicht zahlungsfähig sind, kriegen dann noch Kredite, bis das Kartenhaus dann irgendwann zusammenfällt. Das nächste ist, wenn die Giraldgeldmenge, sowohl ob sie ausgeweitet wird oder zusammengestaucht wird, im sektoralen Gleichschritt erfolgt, dann funktioniert es. Das heißt, sektoraler Gleichschritt heißt, wenn eine einzelne Bank beschließt, völlig über die Maßen hinaus Kredite zu vergeben und damit Geld zu erzeugen, dann hat sie folgendes Problem. Ich kann mir natürlich sehr überspitzt als Bank, die ich jetzt nochmal bin, kann ich mir den größten Turm der Welt bauen lassen und dann kann ich das als Asset-Einkauf gerne mit selbstgeschöpftem Geld zahlen. Nur überweise ich das an den Bauträger. Der Bauträger ist nicht zwangsläufig Kunde bei mir als Bank. Der hat sein Konto bei einer anderen Bank. Und derjenige wird seine Arbeitnehmer, seine Lieferanten, seine Kunden etc. weiterbezahlen und die sind höchstwahrscheinlich auch nicht Kunde bei meiner Bank oder bestenfalls für einen kleinen Teil. Das heißt, im Interbankenmarkt fließt dieses Geld von meinen Bankkonten ab, von mir als Bank, auf andere Konten. Und die Banken machen jeden Tag am Ende des Tages Saldenrechnungen und gleichen ab, wie viele Kontobewegungen haben zwischen den Banken stattgefunden. Wenn jetzt eine Bank über die Maße Geld schöpft, dann haben sie so viele Kontenabflüsse, dass sie sich am Interbankenmarkt refinanzieren müssen mit Zentralbankreserven und dann kommen es in riesengroße Probleme. Heißt aber im Umkehrschluss, machen die Banken das im sektoralen Gleichschritt tendenziell sehr ähnlich, gerade gemessen an ihrem Anteil, an ihrem Marktanteil und an ihren Kundeneinlagen, dann geht sich das deutlich besser aus. Das nächste ist, die Bankgröße, große Banken, gerade vor diesem Hintergrund, können das viel, viel leichter tun. Wenn ich 90 Prozent, ganz überspitzt, des Marktes und aller Kunden bei mir ein Konto haben, dann fällt es mir deutlich leichter, Geld zu erzeugen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es abfließt, ist ziemlich gering. Wenn ich eine sehr, sehr kleine Sparkasse bin, eine kleine Raiffeisenbank, die eigentlich nur regional arbeitet, dann ist mein Geld so schnell weg, so schnell kann ich gar nicht schauen und dann habe ich Probleme. Das heißt, es bevorzugt auch einfach große Banken. Die nächste Bedingung, die die Banken quasi einschränkt, ist die Mindestreserve. Viele glauben ja, laut Multipler-Gelbstoffungstheorie, die brauche ich zuerst und dann gibt es diese schöne unendliche Reihe. Die steht hier nicht umsonst als obligatorisch, sondern ich muss im Endeffekt, müssen die Banken hinten raus bei der Zentralbank einen gewissen Anteil in Zentralbankreserven, sprich in Zentralbankgeld, im öffentlichen, staatlichen Geld halten, wie sie Kredite vergeben. Das wird aber ihnen immer refinanziert von den Zentralbanken. Es kann mal teurer sein und mal weniger teuer oder sie machen es im Interbankenmarkt. Trotzdem ist es noch eine Restriktion. Das Nächste sind die Eigenkapitalvorschriften. Basel 1, Basel 2, Basel 3 sind wir heute. Die sind im Großen und Ganzen für die großen Finanzkrisen nach wie vor nicht wirksam genug. Da gibt es wenige Leute, die das anders sehen, es sei denn, man hat daran mitgeschrieben. Nichtsdestotrotz gibt es Eigenkapitalvorschriften, die das natürlich auch nochmal begrenzen zusätzlich. Und Vorschriften für die Liquidität. Ich meine, ich habe alleine für die täglich fälligen Verbindlichkeiten. Ich muss einen gewissen Bargeldanteil halten als Bank, weil ich ja weiß, erfahrungsgemäß, x Leute kommen am Tag und ziehen x Prozent ihrer Giroguthaben ab. Da habe ich schon mal eine Begrenzung. Dieses Girogeld muss ich vorhalten. Ich habe Überschuss und Mindestdeserben, die wir gerade schon angesprochen haben. Zusammengefasst, Banken können zwar Geld erzeugen per Kreditvergabe, aber sie sind deswegen nicht vogelfrei und stehen ja auch im ständigen Wettbewerb zueinander, was bis zum gewissen Grad limitierend sein kann. Aber die Banken eben auch in Boomphasen oder auch in Bastphasen dazu anstachelt, prozyklisch zu agieren. Sprich, sie verstärken Aufschwünge und dann erzeugen alle sehr, sehr viel Geld im sektoralen Gleichschritt. Oder wenn wir in eine Rezessionsphase eintreten, dann werden sie alle viel, viel, viel scheuer und vergeben viel, viel weniger Kredite. Und dann kommen wir in der Realwirtschaft dann auch die Kreditklemme, die problematisch ist. Ähnlich, was wir jetzt sehen im Endeffekt, ganz, ganz viele Unternehmen bräuchten jetzt gerade in der Corona-Krise Geld, Überbrückungskredite. Die Banken schwimmen in Zentralbankreserven, also die Mindestreservenpflichten könnten sie leichter füllen. Und trotzdem, wie wir vorhin an dem Bild der zwei Geldkäufe gesehen haben, stehen die Banken in der Mitte. Wenn die Banken jetzt aber keine Kredite vergeben, weil sie das Risiko scheuen. Selbst wenn der Staat mit all den KfW-Krediten zu 90% Bürgschaften für die einsteht, wenn die Banken die Kredite nicht vergeben, dann kommt in der Realwirtschaft nichts an. Gut. Das ist hier einfach nochmal zusammengefasst, dass die Banken im sektoralen Gleichschritt da auch die Tendenz dazu haben, Boom- und Badphasen gemeinsam zu erzeugen. Ich möchte jetzt auf ein paar Entwicklungen eingehen, die es zur Folge hat. Ich werde die auch angesichts der Zeit ein bisschen schneller machen. Das eine ist, nur betrachtet auf Deutschland, die Geldmenge M1 und das nominale Bruttoinlandsprodukt. Es ist indexiert in der Darstellung. Das heißt, wir haben unten das nominale BIP seit der Finanzkrise bis Januar 2020, habe ich es mal rausgezogen, und die Geldmenge M1. Das heißt, man sieht relativ schnell, die Geldmenge M1 wächst deutlich schneller als das nominale BIP. Das ist bis zu einem gewissen Grad entkoppelt. Und diese Schere sehen wir eigentlich fast über alle Datenreihen und Zeitreihen. Man kann es weitermachen, man kann sich die Geldmenge M3 anschauen im OECD-Durchschnitt und sieht, seit 1980 unglaubliche Geldmengeentwicklung tendiert dazu, exponentiell zu wachsen. Die ganze Darstellung ist auch 2015 als Referenzjahr indexiert. Wir hatten 1980 1% der Geldmengen, die wir heute haben. Die Frage, ob wir 100 Mal so leistungsfähig sind und so viel Bruttosozialprodukt erzeugt haben, mehr in den 40 Jahren, darf jeder für sich selber beantworten. Das heißt, wir haben ein wahnsinniges Geldmengenwachstum. Eine Frage, die grundsätzlich ja auch gerade vor dem Hinblick, was braucht die Realwirtschaft? Vor dem Hinblick, Geld ist ja eigentlich, wie wir auch in dem Inselbeispiel gesehen haben, dafür da, der Gesellschaft zu dienen, sagen viele. Es ist ein Hilfsmittel, es ist eine soziale Technologie, die das Leben eigentlich besser machen soll der Menschen. Und dann ist die Frage natürlich, für was verwende ich dieses Geld? Ganz entscheidend. Ich habe zwei Daten jetzt mal rausgezogen, beispielsweise dafür. Zum einen, das ist vor der Finanzkrise aus dem britischen Raum, Großbritannien hat einen wahnsinnig zentrierten Banksektor. Fünf Großbanken halten 90% aller Kundeneinlagen. Und diese fünf Banken wurden sich angeschaut, für was haben die Kredite vergeben, sprich Geld erzeugt in den zehn Jahren vor der Finanzkrise. Davon sind 40%, das ist alles aggregiert, aber 40% für Immobilienkäufe, 13% für Realwirtschaft, 37% für Finanzspekulation und dann haben wir noch ein paar zerquetschte. Das heißt, 13% haben die fünf großen Banken, die 90% des britischen Marktes ausmachen, für die Realwirtschaft Geld erzeugt und Kredite vergeben. Und da sind wir wieder auch ein bisschen bei der Eingangsfrage, wer darf unser Geld erzeugen und vor welchem Hintergrund? Die wenigsten Leute, die diese Zahlen kennen und sehen, sagen, ja, aber das ist doch gut. Sondern die Immobilienpreise sind viel zu teuer. Wir sind hier heute in München, jeder weiß, was hier der Wohnungsmarkt kostet, wie unmöglich ist für Durchschnittsverdiener, für Medianverdiener, hier irgendwie noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das sind inflationierte Märkte. Der Immobilienmarkt ist komplett inflationiert. Und viele Leute immer sagen, wo geht die ganze Inflation hin? Die Butter kostet immer noch keine 500 Euro wie damals oder 500 Mark. Die geht in Aktienmärkte, die geht in Asset Price Inflation, in Vermögenswerte wie Immobilien. Und das hat ganz wesentlich damit zu tun, für was das Geld verwendet wird, beziehungsweise erzeugt wird primär im ersten Schritt. Eine andere Grafik, die Datenreise ist auch schon ein bisschen älter, zeigt im Endeffekt genau das gleiche Bild. Wir können uns einfach nur mal die Monetary Base für die USA anschauen, das sind auch wieder indexierte Darstellungen, die wächst und wächst und wächst und wächst und wächst bis auf den Index von 347. Und wenn wir uns dazu den Credit to Private Sector, also was kriegt der private Sektor von diesen Krediten, also von der Geldmenge, die wächst, kriegt er ab, dann sehen wir einfach hier unten eine blaue Linie im Endeffekt. Und das können wir uns genauso für die Eurozone anschauen und für die UK, weil im einen das ein bisschen abgeschwächter ist, beim anderen die Daten sind noch nicht komplett aktuell. Nichtsdestotrotz zeigt auch das nur, dass ganz, ganz wenig Geld eigentlich in der Realwirtschaft ankommt und das darf man erschreckend finden, ja. Und das wirft, wie gesagt, wieder die Frage auf, wer darf unsere Geld erzeugen und nach wenigen Kriterien. Darauf würde ich jetzt ganz kurz eingehen wollen. Wie ist die Gelderzeugung legitimiert? Sprich, wann saßen wir wie ums Lagerfeuer? Und zwar, ich mache das relativ flott. Es gibt drei Legitimationsprinzipien in der klassischen politikwissenschaftlichen Betrachtung. Die gehen auf Fritz W. Schaapf zurück. Es gibt die Input-Legitimation, die bedeutet im Endeffekt, es bedarf eines normativen Prinzips der Zustimmung der Beherrschten. Wir in der repräsentativen Demokratie als Volk sind, werden von unseren Repräsentanten, von den Volksvertretern. Die wählen wir und damit legitimieren wir sie. Und dadurch haben wir indirekt eine Entscheidungslegitimation. Das ist die Input-Legitimation. Dann gibt es die Throughput-Legitimation. Die können wir in Deutschland komplett mal ausklammern, weil wir haben keine direktdemokratischen Elemente oder so sehr rudimentär in der Schweiz. Da könnte das Volk zum Beispiel wirklich beim Prozess der Rechtsetzung eingreifen, ganz direkt und das Ergebnis mitbestimmen. Wie beispielsweise bei der Vollgeldabstimmung in der Schweiz vor zwei Jahren. Dann gibt es noch das Legitimationsprinzip Output-Legitimität. Das ist das Prinzip der funktionalen Nützlichkeit. Klingt ein bisschen abgehoben. Im Endeffekt, wenn in Afghanistan die Taliban eine Autobahn bauen, dann sind die weiß Gott nicht normativ legitimiert durch Wahl. Und das Volk hatte da auch nicht sonderlich viel mitzureden und direkt beim Prozess der Rechtsetzung beigetragen. Aber das Ergebnis rechtfertigt diese Autobahn, weil jeder sagt, ja okay, dann kann ich mich zumindest fortbewegen. Ich bin hier zwar nicht mit einbezogen, aber es erfüllt eine gewisse Nützlichkeit. Das ist ein sehr krasses Beispiel dafür, wird aber häufig dafür verwendet. Das heißt, wenn zumindest der Output, auch der Output kann das legitimieren, wenn das andere weiter nicht der Fall ist. Und wenn wir das jetzt mal auf das bestehende Geld und Geldsystem anschauen wollen, wenn wir uns die Input-Legitimation anschauen. Es gibt hier hinterlegt eigentlich von unserer Jahrestagung letztes Jahr eine Debatte, da war der Fabio De Masi und die Bettina Stark-Watzinger, die waren zu dem Zeitpunkt Vorsitzenden im Finanzausschuss des Bundestags, beide Mitglieder im Finanzausschuss des Bundestags, haben darüber diskutiert und auch klipp und klar kann man sich auf YouTube anhören, gesagt, die Schirai-Geldschöpfung der Banken ist den Bundestagsabgeordneten größtenteils unbekannt. Da gibt es auch noch eine Umfrage, die ist von 2014 im britischen Parlament, haben 100 Abgeordnete teilgenommen, wurde die Frage, wurde die Abgeordnete die Frage gestellt, wer erzeugt das Geld? Ja, man kann es sich anschauen, only the government creates money und das ist einfach nicht der Fall, wie wir vorhin gesehen haben, Großteil unseres Geldes erzeugen Geschäftsbanken und only the government trifft es dann ganz sicher nicht. Das heißt, das sind jetzt nur zwei Beispiele, die auf jeden Fall zeigen, dass die Input-Legitimation fragwürdig ist, wenn die Abgeordneten darüber abstimmen, relativ wenig Kenntnis über die tatsächlichen Gegebenheiten haben. Man kann sich auch, wir haben mal eine große Wahlprogrammanalyse gemacht für die Bundestagswahl, die letzte, genauso wie für die letztjährige Europawahl. Man findet in den Wahlprogrammen fast aller Parteien, wir haben alle zugelassenen Parteien uns angeschaut, nahezu kaum Aussagen zur Chirageldschöpfung, zur Geldschöpfung im Allgemeinen und grundsätzlichen Fragen dazu. Das heißt, die Input-Legitimität ist dadurch mindestens mal fragwürdig. Input-Legitimität ist aber auch Rechtsetzung. Und wenn man sich die Rechtsetzung anschaut, da steht jetzt ganz, ganz viel auf den Folien, aber es reicht eigentlich, dass im Bundesbankgesetz § 14 geregelt ist, auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Und wenn wir uns Punkt 3 anschauen, sagt die Bundesbank in ihrem FAQ zur Geldschöpfung auf die Frage, wie die Geldschöpfung, die wir vorhin gesehen haben, der Banken geregelt ist, der Geschäftsbanken, die Großteil unseres Geldes ausmachen. Es gibt keine direkte rechtliche Regelung. Die Möglichkeit zur Buchgeldschöpfung durch Banken wird vom deutschen Recht vorausgesetzt. Da muss man jetzt sehr spitzfindig sein, um erklären zu können, was diese Voraussetzung heißen soll. Auch da wird allein auf der Rechtsgrundlage, wirft es die Frage nach der Legitimität auf. Zudem haben wir hier noch ein Grünstehen, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf alles genau ein. Staatliche Stellen verweigern die Annahme von gesetzlichem Zahlungsmittel. Wenn Bargeld das einzige gesetzliche Zahlungsmittel ist, ich kann meine Steuern, ich glaube in Köln ist es jetzt dann irgendwo möglich, bei einem Finanzamt. Und ich kann auch die GZ-Gebühren, da gibt es ja die Klage von Norbert Hering, auch nicht in gesetzlichem Zahlungsmittel im Bargeld bezahlen. Das heißt, der Staat akzeptiert für Zahlungen an ihn nicht sein eigenes, herausgegebenes gesetzliches Zahlungsmittel, sondern das Geld der Banken als Skirargeld. Die zweite Ebene der Legitimation ist die Superlegitimität eben. Wir haben keine Bürgerzustimmung, wie gesagt, wir haben wenig direktdemokratische Elemente in Deutschland, insofern ist es sowieso schon mal fragwürdig. Ich würde aber einfach nur ein paar Umfragen an die Wand schmeißen wollen. Die wenigen Umfragen, die es gibt, es gibt zu wenige und die Stichproben sind zu klein. Dafür müsste viel mehr eigentlich in der Bevölkerung repräsentativ befragt werden. Wie wollen wir unser Geld erzeugen? Wir könnten mir diese Lagerfeuer-Thematik zumindest über Umfragen mal versuchen abzubilden. Aber alle Umfragen, die es gibt, 84 der Prozent der Befragten dachten, dass entweder die Zentralbank oder die Regierung das Geld in Umlauf bringe. 90 Prozent würden keinem System zustimmen, die Mehrheit der Geldmenge durch meist private, auch profitorientierte Unternehmen produziert und verteilt wird und nicht durch staatliche Organe. Selbst bei der Geldschöpfungsumfrage der Volkesinitiativen in der Schweiz, die nicht erfolgreich war, wo ca. 25 Prozent zwar dafür gestimmt haben, was ein guter Erfolg ist, aber eben nicht dazu reicht, gab es danach die Umfrage, das zeigt nur, wie wenig die Leute eigentlich auch teilweise verstanden haben, wo sie abgestimmt haben. 80 Prozent wurden Geldschöpfung allein durch die Nationalbank. 60 Prozent der Befragten meinten, meinen irrtümlicherweise, dass die SNB, also die Schweizer Nationalbank, schon heute den überwiegenden Teil unseres Geldes herstellt. In der Schweiz ist es nicht wesentlich anders als bei uns, sowie eigentlich in allen großen Industrieländern. Auf der Sustainable Finance Lab ist auch noch eine sehr, sehr große Umfrage über 20 Länder, das ist schon ein paar Jahre alt, 23.000 Teilnehmer. Nur 13 Prozent wollen, dass private Unternehmen oder Geschäftsbanken das Geld erzeugen. Das heißt, auch da haben wir ein Throughput-Problem. Ein zweiter Aspekt der Throughput-Legitimität, den ich vorhin nicht angesprochen habe, ist die Verwaltungstransparenz und die Informationsgrundlage. Und auch die ist legitimiertes Geldsystem in der Form eigentlich aus meiner Sicht mindestens unzurechnend. Heißt, wir haben allgemein Unkenntnisse in der Bevölkerung, größtenteils Angela Merkel und Herr Steinbrück haben sich damals in der Finanzkrise hingestellt und gesagt, ihre Einlagen sind sicher. Jeder weiß, dass das keine rechtlich verbindliche Aussage war, sondern eine politische Aussage. So wurde es dann später auch umetikettiert. Nur lassen sich damit Leute natürlich beruhigen, wenn sie das System im Wesentlichen leider noch nicht verstanden haben oder sich damit zu wenig beschäftigt. Das Nächste ist Verwaltungstransparenz. Die EZB arbeitet unter dem Unabhängigkeitsmandat oftmals extrem intransparent. Die ganzen PEP-Programme, die ganzen PEP-Programme, die Sonderpurchases jetzt in der Corona-Pandemie, da wird nicht offengelegt, welche Offenmarktgeschäfte und welche Anleihen käufig getätigt werden von der Zentralbank. Das hat wenig Verwaltungstransparenz. Das kann man zumindest mal festhalten. Zahlreiche VWL-Lehrbücher sind bis heute mit falschen Geld und Geldschöpfungstheorien versehen. Das wird jetzt so peu a peu angepasst. Professor Bofinger hat das erste Mal sein VWL-Buch dazu angepasst. Das findet so peu a peu statt. Die plurale Ökonomik, das Netzwerk macht dazu ziemlich viel und versucht da auch Druck aufzubauen. Aber auch das ist eigentlich, ich habe es auch noch falsch gelernt in meinen VWL-Vorlesungen. Das ist schon beachtlich. Hat auch damit zu tun, dass die erste empirische Studie zur Geldschöpfung erst 2014 eigentlich durchgeführt wurde, die ich kenne, wo wirklich mal eine Bank Einblick in alle Abläufe und Prozesse offengelegt hat. Was passiert bei einer Kreditvergabe? Wird bei der Zentralbank angefragt? Werden die Mindestreserven abgefragt? Verringert sich irgendein Konto auf der ganzen Welt? Und das ist nicht der Fall. Und seitdem haben wir eigentlich auch bei den Notenbanken, bei den großen, in der Publikation und auch in der Transparenz zumindest einen Schritt nach vorne gemacht. Deutsche Bundesbank muss man da schon auch tatsächlich fairerweise ziemlich loben. Und vielleicht noch als kleines, letzter Schwankel zur Informations- und Verwaltungstransparenz. Der Bundesverband der Deutschen Banken hat der Geschäftsführer Andreas Krautscheid, ist gar nicht so lange her, im Zuge von Libra gesagt, es kann daher aus unserer Sicht nicht Aufgabe eines privaten, gewinnorientierten Unternehmens sein, eine Digitalwährung in Umlauf zu bringen. Wenn man das jetzt hört und sich grundsätzlich mit nur den Sachen, die wir heute schon besprochen haben, auskennt, dann ist das eigentlich ein schlechter Witz. Man müsste sich eigentlich verhöhnt vorkommen. Sagt er im Zuge von Libra und da hat man natürlich auch die Tendenz erstmal zustimmen zu wollen, aber auch das ist aus der Informationsgrundlage überschaubar. Und da gäbe es die Liste, die sie sich auf jeden Fall noch weiterführen. Was ist Libra? Libra ist die von Facebook geplante Währung. Facebook will ja Stablecoin rausgeben, haben jetzt auch die Lizenz dazu in der Schweiz. Und wenn der mitgrößte Datenkonzern der Welt auch noch eine Währung etabliert, dann darf man aus datenschutzrechtlicher Sicht und mit Sicherheit auch aus, ja, Monopolbedenken davor warnen. Und das hat auch der Bundesverband der Deutschen Banken gemacht, der eigentlich besser wissen müsste, dass, um es nochmal zu sagen, private, gewinnorientierte Unternehmen auch eine Digitalwährung erzeugen, das haben wir jetzt schon gesehen. Dass das durchaus der Fall ist, bereits heute. Und er vertritt diese Unternehmen, die das tun. Probleme unseres heutigen Geldes, da sind wir dann bei der Output-Legitimation. Wir könnten ja sagen, gut, ist ja nicht so schlimm. Im besten Fall ist zumindest das Ergebnis nützlich. Ich glaube, die meisten, die heute hier sitzen, wissen, dass es einige Probleme gibt, die den Output nicht unbedingt legitimieren. Ich will auch nur ganz kurz, private Börsen und verschiedene Institute haben keine Verpflichtung, das Gemeinwohl zu fördern, sagt Alexander Dibelius, früher von Deutschlandchef von Goldman Sachs. Oder Professor Thomas Mayer, der auch bei uns im wissenschaftlichen Beirat ist, Ex-Chef Volkswirt der Deutschen Bank, sagt, wer in diesem Geschäft arbeitet, ist so im Geschäftsalltag involviert, dass das Konzeptionelle gar nicht im Blick kommt. Und auch er hat sich erst nach der Finanzkrise wieder hingesetzt und eigentlich haben wir klipp und klar herausgearbeitet, wie das Geld- und Bankensystem funktioniert. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Wir haben ein extrem kompliziertes Geldsystem mit zwei Geldkreisläufen, was wir vorhin kurz mal angedeutet haben. Wir haben wenig demokratische Legitimation, wir saßen nicht ums Lagerfeuer, was bei so einer Infrastrukturfrage, die Geld nun mal darstellt, extrem essentiell ist aus meiner Sicht. Wir haben die too big to fail Szenarien, die wir alle kennen aus der Finanzkrise. Banken müssen gerettet werden, weil sie systemrelevant sind. Das heißt, wir haben Privatisierung von Gewinnen, aber Sozialisierung von Verlusten. Die Gemeinschaft muss dann einspringen, aber an den Gewinnen partizipiert sie nur wenig. Wir haben eine systemische Instabilität durch die Gefahr von Bankruns. Den haben wir jetzt noch gar nicht groß besprochen. Wenn zu viele Leute ihr Giralgeld, also ihre Forderung, ihren Anspruch auf Bargeld, zur gleichen Zeit einlösen, ist es unmöglich. Wir haben gesehen, dass es viel, viel mehr Giralgeld gibt als Bargeld. Das heißt, mit diesem Problem leben die Banken die ganze Zeit. Wenn es mal so weit kommt wie in Zypern, dann gibt es ein Bankholiday und dann kann man sein Geld nicht mehr abholen und dann hat man Glück, wenn man einer der Ersten ist. Die System besteht die ganze Zeit. Auch die Einlagensicherungsfonds, die existieren, reichen für systemische Schieflagen von Großbanken niemals aus. Wir haben eine prozügliche Geldschöpfung, die die Krisen verstärkt. Das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Und was wir vorhin bei der Verwendung des Geldes auch schon kurz mal zumindest skizziert haben, es wird viel, viel mehr Geld erzeugt für Spekulationen, für die Finanzmärkte, anstatt für die Realwirtschaft. Für das, was wirklich Sozialprodukt generiert, was Dienstleistungen sind, was Güter sind, die wir wirklich brauchen. Wobei das natürlich immer einen Diskurs braucht, einen demokratischen, was brauchen wir tatsächlich und was ist realwirtschaftlich relevant. Die Zentralbanken haben kaum mehr Kontrolle über die Geldmenge im Publikumsverkehr. Die Zentralbanken können Zentralbankreserven an die Banken, wie es jetzt auch passiert, rausgeben, verleihen, verschenken, Offenmarktgeschäfte machen. Wenn die Banken es nicht weitergeben, dann ist die Geldmenge für die Zentralbank nicht wirklich zu steuern und über den Leitzins schon gar nicht ausreichend. Wir haben dadurch, dass Geld immer als Kredit entsteht, oder fast immer, eine enorme Überschuldung. Wir haben, Geld ist Kredit und Kredit ist Schuld. Das heißt, wir leben in einem Schuldgeldsystem. Und dadurch ist Überschuldung per se notwendig. Wir brauchen Schulden. Die Bundesbank sagt ganz lapidar, was passiert, wenn man im Währungsraum alle Schulden zurückzahlen wollen würde, dann gäbe es kein Geld mehr, beziehungsweise fast kein Geld. Und das muss man bei Debatten um Schulden einfach auch sehen. Wir haben unglaubliche Schuldenberge über die letzten Jahrzehnte eingehäuft. Ich glaube, die letzten McKinsey-Zahlen, die das immer erheben, liegen bei 250 Billionen Dollar über alle Wirtschaftsobjekte. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber wir sind bis zu einem gewissen Grad auch notwendig in einer auf Wachstum basierten Wirtschaft, weil wir sonst das entsprechende Geld nicht haben. Und das verteilt systemisch auch von unten nach oben um. Wir reden da über extrem viel leistungslose Einkommen, über Zinszahlungen. Die Zinsen sind natürlich in die Preise einkalkuliert. Wenn ich als Unternehmer einen Kredit aufnehmen muss bei einer Bank und dieses Geld, das ich dafür brauche und das dafür erzeugt wird, immer nur über Schuld entsteht, sprich auch verzinst wird, dann muss ich das in die Preise einkalkulieren. Und das zahlt am Ende auch der Durchschnittsdeutschen Warenkorb wieder. Und das ist ein großer Hebel. Das Thema für sich wird den eigenen Vortrag rechtfertigen. Da gibt es genug gute Arbeit von Helmut Kreuz über Christian Kreis usw. Der Bankensektor hat riesengroße Privilegien. Jeder Vermögenskauf von einer Bank wird mit Neugeschöpfen Geld finanziert. Das heißt, das macht gerade für Investmentbanken leichter als für normale Unternehmen loszugehen und riesige Risiken einzugehen. Wenn ich Eigentümer einer Bank bin oder zumindest extrem wohlhabender Kunde kaufe ich viel leichter an Hebelkredite, kann viel leichter leveragen und um an Derivatemarkt beispielsweise zocken zu gehen oder auch für klassische Investitionen. Das heißt, es privilegiert wenige und es ist auf jeden Fall keine Chancengleichheit in dem Sinne gewährleistet, aus meiner Sicht. Der Geldschöpfungsgewinn für den Staat und für die Gesellschaft ist deutlich geringer, als er möglich wäre, weil ein Großteil unseres Geldes über Schiraggeld entsteht. Schiraggeld erzeugen die Banken. Das heißt, der Geldschöpfungsgewinn bleibt auch bei den Banken und kommt nicht der öffentlichen Hand zugute. Und mit Sicherheit auch einen eigenen Vortrag rechtfertigend, der Wachstumszwang damit einhergeht. Wir müssen uns ständig eigentlich weiter neu verschulden, um auch die Kredite zu tilgen und nicht alles wird ständig rekonsumiert, gerade von wohlhabenderen Leuten, von großen Konzernen. Diese Geldklemme dann in der Realwirtschaft wiederum muss eigentlich wieder mit neuen Krediten finanziert werden und dann machen wir immer, ja, kollektiv auch immer unvernünftige Entscheidungen, externalisieren Kosten auf der Umwelt und sind eigentlich bis zu einem gewissen Grad getrieben, weiter zu wachsen. Gut, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Geld ist eine soziale Technologie und eine Verabredung. Das ist alles kein Naturgesetz, das ist nicht beobachtbar, sondern es ist gestaltbar. Es hat Regeln, die veränderbar sind und die lassen sich auch ganz anders konstruieren, weil man sich theoretisch jederzeit ans Lagerfeuer setzen kann und Vorschläge machen. Jetzt war der Teil dann doch schon ein bisschen länger und das alles soll ja nicht nur irgendwie zermürbend sein, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele Lösungsmodelle. Ein, für den der Monotative e.V. eben sehr, sehr stark eintritt, ist das Vollgeld und den möchte ich jetzt ein bisschen ausführlicher skizzieren, basierend auf dem, was wir jetzt schon besprochen haben. Die Mehrheit der Menschen heute nimmt schon an, dass wir Vollgeld haben und das Geld heute so funktioniert. Das haben wir vorhin in den Umfragen schon gesehen. Die meisten Leute, auch die viele Abgeordnete glauben, dass die Zentralbank oder der Staat größtenteils unser Geld erzeugen. Das ist aber nicht der Fall. Wie wir gesehen haben, es machen Geschäftsbanken zum großen Teil. Das heißt, man könnte Vollgeld ganz einfach und kurz als Geld von der Gemeinschaft zum Wohle der Allgemeinheit. So könnte man Vollgeld relativ leicht umschreiben. Was heißt das jetzt konkret? Eine Vollgeldreform würde quasi alles Giralgeld, einen Großteil unseres Geldes, umwandeln in sicheres, wertstabiles Vollgeld, so wie Bargeld heute schon Vollgeld ist. Bargeld und Zentralbankreserven, die wir jetzt auch schon gesehen haben, die heute existieren, sind bereits Vollgeld. Die sind vollgesetzliches, unbeschränktes Zahlungsmittel von der Zentralbank ausgegeben von der öffentlichen Hand. Das ist ein öffentliches Geld. Das heißt, auch alles Giralgeld, das existiert in den Bankbilanzen, wird zu Vollgeld. Sprich, es wird Guthaben bei der Zentralbank. Damit gesetzliches Zahlungsmittel. Und ab diesem Umstellungstag darf nur noch die Zentralbank Geld ausgeben. Und das heißt, sie hat quasi ein vollständiges Geldschöpfungsmonopol. Dafür muss die Zentralbank aber, weil da haben viele Leute immer Bedenken, ich auch, die Zentralbank in ihrer bestehenden Form ist nicht rechenschaftspflichtig genug, sie ist nicht transparent genug, sie ist demokratisch nicht legitimiert genug. Die Frage, warum die EZB bei der Troika mitverhandeln darf mit Griechenland und teilweise Austeritätsmaßnahmen mitverhandeln, mit aushandeln darf, ist mindestens fraglich. Das heißt, das Ganze muss mit einer demokratischen Gewaltenteilung und einem Regelwerk einhergehen, das die Zentralbank demokratisiert. An ihrer bestehenden Form. Bevor wir noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, eine Folge der Reform ist im Endeffekt ein ordnungspolitischer Rahmen. Es ist keine Planwirtschaft, es geht nicht darum, alles zu verstaatlichen. Das heißt de facto, die Zentralbank oder, wie in der Folge der Reform vorgesehen, eine vierte Staatsgewalt. Die Zentralbank wird zu einer vierten Staatsgewalt, die wir dann monetativ nennen würden. Daran ist der Name des Vereins angelehnt. Die stellt die optimale Geldmenge sicher und den sicheren Zahlungsverkehr. Das ist die Aufgabe der Zentralbank bzw. der Monetative. Das heißt, keine Verteilung des Geldes. Über die Geldverwendung würde der Staat über die Legislative und die Exekutive weiterhin entscheiden. Und das kann sie über öffentliche Ausgaben tun, kann der Staat über öffentliche Ausgaben tun oder auch über Bürgerdividenden. Und gegebenenfalls auch für Feinmarkt, Steuerungen, Operationen kann man auch dann noch Kredite an Banken vergeben. Das würde dann aber der Zentralbank obliegen, um die Geldmenge zu steuern. Die Banken würden weiterhin existieren, sie dürften aber kein Geld mehr schöpfen, sondern sie dürfen weiterhin Kredite vergeben, nur wären Banken dann tatsächlich das in einem Vollgeldsystem, was die meisten Menschen heute bereits glauben, dass sie sind, sprich Finanzintermediäre. Sie müssten, um einen Kredit vergeben zu können, vorher bei Sparern, bei Anlegern das Geld einsammeln und das dürfen sie dann, nach ihrer Risikoaversion, nach ihren Kriterien etc. vergeben zu ihren Konditionen. Das heißt, die Banken dürfen weiterhin freimarktwirtschaftlich operieren, Kredite vergeben, aber sie haben als gewinnorientierte Unternehmen, die sie größtenteils sind, keine Möglichkeit mehr Geld zu schöpfen. Ein bisschen detaillierter vielleicht noch, das heißt, in dem Vollgeldsystem wäre dann unser gesamtes Geld, sprich alles Bargeld, das wir heute schon haben, das heute schon Vollgeld ist, und das Kontengeld, sprich das Schiraggeld auf unseren Konten, wäre dann vollgesetzliches Zahlungsmittel und würde von einer demokratischen Zentralbank erzeugt und nicht mehr von gewinnorientierten Geschäftsbanken. Es wäre, wie gesagt, dann auch rechtlich festgelegt, dafür müsste man ein paar wenige Passus erändern. Geld hat dadurch dann auch verfassungsrechtlichen Rang. Der Professor Huber, wesentlicher Vordenker des Vollgeldsystems, vergleitet es auch so ein bisschen mit, der Staat gibt auch sein Gewaltmonopol nicht her und viele, viele andere Infrastrukturfragen, kann eigentlich der Staat, sprich idealerweise wir in einer demokratischen Gesellschaft, eigentlich nicht hergeben. Und Geld als Infrastruktur ist aus unserer Sicht und aus meiner Sicht eigentlich viel zu wichtig, als dass es nicht demokratisch legitimiert gehört und dargestellt. Und dadurch hat das Geld verfassungsrechtlichen Rang und entsprechend sollte man es auch behandeln. Die Zentralbank erzeugt dann das neue Geld und damit auch die Geldmenge in einem gemeinwohl verträglichen Maß, um Inflation, Deflation und Spekulationsblasen vorzubeugen. Das heißt, was wir grundsätzlich brauchen, ist eine Geldwertstabilität, ein gutes Verhältnis aus Proto-Sozialprodukt, aus Gütern und Dienstleistungen und der Geldmenge. Wenn die zu sehr schwankt, dann sehen wir Inflations- und Deflationstendenzen und das Schreckgespenst kennt jeder, beides ist zu verhindern, wobei Deflationäre Tendenzen noch viel schlimmer sind als Inflationäre. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Geldmenge entsprechend steuern können, und wir haben vorhin gesehen, wie sich die Geldmenge entwickeln in den letzten Jahrzehnten. Das sind wahnsinnige Entwicklungen, die eigentlich mit dem Sozialprodukt überhaupt nicht mehr einhergehen. Diese Geldmenge, und das wäre die Aufgabe der Zentralbank, sprich der Monetativen, die festzulegen. Regelbasiert, aber schon diskretionär, das heißt, dass man jederzeit anpassen kann. Und dafür wären sie ähnlich, das ist eine von vielen Ausgestaltungsoptionen, wie man die Zentralbank demokratisieren kann. Wären sie ähnlich wie die Gerichte, die Gremiumsmitglieder der Zentralbank werden ernannt, sind rechenschaftspflichtig, öffentliche Klagen gegen die Zentralbank sind viel, viel leichter durchsetzbar, die Verantwortbarkeit ist da, und trotzdem gibt es die Trennung zwischen Geldmengenerzeugung, Gelderzeugung und Geldverteilung. Nicht beides würde die Monetative oder die Zentralbank in einem Vollgeldsystem machen, sondern da gibt es eine strikte Trennung, die wir heute bei den Geschäftsbanken nicht sehen. Die Geschäftsbanken erzeugen das Geld und entscheiden im letzten Schritt auch bis zum gewissen, im sektoralen Gleichschritt oder sektoral entscheiden sie, wer Kredite für welche Zwecke bekommt. Und wir sehen, dass sehr, sehr viel des neugeschöpften Geldes eben in Spekulationen und in andere Projekte fließt, nicht in ökologische Transformationen, in soziale Projekte, in ihre Arbeitsschaft. Das ist dann wieder Aufgabe des demokratischen Diskurses, das auszuhandeln. Das ist eben nicht per se Anspruch eines Folgelsystems, diese Themen auch noch damit aufzunehmen und damit die Folgerreform zu überfrachten. Das ist nach wie vor Aufgabe des demokratischen Prozesses. Und dafür gibt es andere Gewaltenstränge und dafür muss das Parlament sorgen. In dem Folgelsystem werden Banken dann wieder reine Vermittler. Hatten wir vorhin schon, müssen Geld sammeln, um Kredite vergeben zu können. Jede Form von privatem Geld wäre dann klar erkennbar, was es heute nicht der Fall ist. Ich habe vorhin gesagt, wir im Publikum behandeln beides Bargeld und Schiraggeld einfach fälschlicherweise gleich. Wenn alles Geld auf unseren Konten und das wir barrenphysisch in unserer Portemonnaie haben, Vollgeld ist, dann wissen wir, wenn wir anderes Geld benutzen, dass es privat ist und wir haben die klare, freie, transparente Wahlmöglichkeit, es zu nutzen und das Risiko einzugehen. Wenn mir ein Stablecoin, ein E-Geld Vorteile verspricht, kann ich das ja gerne tun und das möchte auch gar niemand unterbinden. Soll jeder machen, was er möchte. Wichtig ist nur, dass es klar ist, welches Geld gewählt wird. Zusätzlich müssten insolvente Geschäftsbanken nicht mehr von der Gesellschaft gerettet werden. Das heißt, sie sind nicht mehr too big to fail, weil die Zahlungsinfrastruktur nicht mehr über die Banken läuft. In der Vollgeldreform würden alle Girokonten, die wir heute haben, ausgegliedert werden zu einem Stichtag aus den Bankbilanzen, wie wir es vorhin gesehen haben, und kommen entweder in den Währungsregister bei der Zentralbank. Das darf man sich ein bisschen vorstellen wie eine Blockchain, wo einfach runtergeschrieben wird, welche Einträge es alles gibt. Und dadurch ist es in dem Falle einer Bankenkrise, oder dass eine Bank pleite geht, ist es nicht mehr ausfallgefährdet. Das heißt, die Bank muss nicht mehr gerettet werden. Das ist ähnlich wie, wenn eine Bank heute schon pleite geht, dann sind Aktien, die die Bank für Kunden hält, die hält sie treuhänderisch. Das heißt, die Bank kann pleite gehen und die Aktien darf der Kunde weiterhin behalten. Und genauso wäre es mit unseren Girokonten und mit unserem Geld. Und dann kann man Banken auch pleite gehen lassen und den gleichen freien marktwirtschaftlichen Regeln unterwerfen, wie alle Unternehmen, größtenteils bis auf vielleicht die ganz großen Konzerne auch unterliegen. Ich würde es jetzt noch ein bisschen ausführen, die Vorteile, und dann auch zum Schluss kommen langsam. Noch ein bisschen konkreter die Vorteile des Vollgeldsystems. Das Geldsystem wird dadurch einfach und transparent. Es gibt nur noch einen Geldkreislauf mit vollgesetzlichem Zahlungsmittel. Das ist rechtlich auch klar geregelt. Das heißt, habe ich gerade schon gesagt, ich wiederhole es nochmal kurz, die Girokonten der Kunden werden in der Vollgeldreform aus der Bankbilanz herausgelöst und separat bei der Zentralbank als Vollgeldkonten geführt. Die Guthaben auf den Girokonten bleiben aber eins zu eins bestehen. Das heißt, für die Kunden verändert sich nichts. Ich habe weiterhin mein Geld. Wenn ich gar nicht mitbekomme in den Medien, dass eine Vollgeldreform stattfindet, merke ich gar keinen Unterschied. Ich habe nach wie vor mein Geld und es ist meins. Nur diesmal tatsächlich. Weil es jetzt von der Bank treuhänderisch gehalten wird. Dieses Geld wird zu Vollgeld, zu gesetzlichem Zahlungsmittel. Und danach darf nach diesem Stichtag und dieser Ausgliederung aus der Bankbilanz darf nur noch die demokratisch legitimierte Zentralbank, sprich die öffentliche Hand, demokratisch legitimiert Geld erzeugen. Für viele, oder für mich war das tatsächlich am Anfang auch immer so ein Problem, wie soll das einfach gehen? Wie soll ich so viel Schirai-Geld aus der Bank einfach ausgliedern? Das hat damit zu tun, dass viele Leute mit Bilanzierungsfragen und mit doppelter Buchführung nicht so vertraut sind. Am Ende des Tages kann man es sich einfach machen. Es ist einfach eine Möglichkeit, wie ich ein Blatt Papier vor die Realität lege. Und es ist eine Art und Weise, Bilanzierung, das runterzuschreiben und zu dokumentieren. Und diese Regeln sind auch nicht naturwissenschaftlich. Die sind Regeln, die muss man lernen. Jeder, der Bilanzierung 1, Bilanzierung 2 im Studium hört, hat das irgendwann zu lernen und anfangen nachzuvollziehen. Manches ist intuitiver, manches ist überhaupt nicht intuitiv. Heißt aber konkret, Bilanzierung bietet unglaublichen Gestaltungsspielraum und ich kann einfach aus der Bilanz, die wir vorhin bei den Banken gesehen haben, bei der Bilanzveränderung, wie Geld entsteht, kann ich einfach alle Schirai-Geld ausgliedern und der Zentralbank anlasten. Das ist problemlos möglich. Und damit würde im Endeffekt einfach nur das geschehen, was wir schon vor 100 Jahren gesehen haben. Vor 100 Jahren haben private Banken auch noch eigene Geldscheine ausgegeben. Da ist unglaublich viel unterschiedliches Geld von verschiedenen Banken zirkuliert. Und irgendwann haben die Zentralbanken sich das Monopol zumindest für das Bargeld gesichert und diese privaten Geldscheine wurden peu a peu ausgespült und gegen Vollgeld de facto von Zentralbanken ausgetauscht. Und das Gleiche würden wir im Digitalen jetzt einfach nochmal wiederholen in der Folge davon. Zweiter Vorteil des Vorgeldes, es ist sicher, da die laufenden Konten eben außerhalb der Bankbilanz laufen, sprich treuhänderisch verwaltet werden, Bankpleiten machen für Kunden und für uns als Gesellschaft keine Probleme mehr, sie sind nicht mehr too big to fail und wir müssen sie nicht mit Milliarden intransparent retten. Zusätzlich kann die Zentralbank bzw. die Monetative dann die Geldmenge effektiv steuern, wodurch die Entwicklung der Geldmenge verstetigt wird und das hilft zusätzlich dazu, Konjunktur- und Börsenzyklen einfach ein bisschen abzuschwächen. Das sind diese prozyklischen Kreditvergaben der Banken, die wir die ganze Zeit sehen, wo dann die Geldmenge nochmal nach oben schießt, weil jeder natürlich sein Geschäft machen will und dann noch für Kredite vergibt, die teilweise an Kreditnehmer gehen, die eigentlich nicht solvent sind, wie wir es beispielsweise in der Subprime-Krise in den USA gesehen haben. Ein vierter Vorteil wäre noch, Geldwertstabilität ist gewährleistet, weil eine Zentralbank, die nur dafür da ist, die Zahlungsinfrastruktur zu sichern und die Geldmenge festzulegen, sehr viel besser sich an die realwirtschaftlichen, sprich an die Bruttoinlandsproduktentwicklungen anpassen kann. Wir haben vorhin auch gesehen, wie sich die Geldmenge M1 nur seit der Finanzkrise in Deutschland im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt entwickelt. Da ist keine Geldwertstabilität zu sehen. Wie gesagt, im Durchschnittswarenkorb sehen wir das nicht in Inflation, aber wir sehen es in inflationierten Aktienmärkten, wir sehen es in inflationierten Immobilienmärkten und inflationierten Vermögenswerten. Ein fünfter Vorteil, es gibt sieben, also sind wir bald fertig, neugeschöpftes Geld ist für mich eigentlich tatsächlich fast der wichtigste. Neugeschöpftes Geld kommt zins- und tilgungsfrei in Umlauf, da es ohne Verschuldung entsteht. Ab dem Moment, wo nur noch die Zentralbank Geld erzeugen darf, erzeugt Geld nicht mehr per Kreditvergabe, damit nicht mehr als Schuld und damit nicht mehr als Verbindlichkeit, sondern als Aktivgeld. Und das ist für mich ein riesengroßer Unterschied. Da fängt schon mal die Trennung zwischen Geld und Kredit statt. Das Problem ist, heute im bestehenden System sind Geld und Kredit häufig das Gleiche und es ist total intransparent, weil ich überhaupt nicht weiß, ob die Bank in irgendeiner Form dafür Einlagen einsammeln musste oder nicht, oder ob sie einfach das Geld neu erzeugt und in dem Moment Geld und Kredit das Gleiche sind. Wir auch Schulden brauchen, wir aber grundsätzlich ein ganz komisches Verständnis haben, gerade in Deutschland von Schulden. Einfach basieren schon auf der Sprache. Im Französischen gibt es für die Schuld, die moralische Schuld und die ökonomische Schuld zwei unterschiedliche Wörter. Das gilt auch für viele andere Sprachen. Wir im Deutschen haben einfach für beides das gleiche Wort, was schon mal moralische Kategorien öffnet, die aus meiner Sicht schwierig sind. Und indem man das schon mal trennt, wäre schon viel gewonnen und vor allem mindert es den Zwang zum Wirtschaftswachstum und die gegenwärtige Umverteilung nach oben, die dann doch beachtlich ist. Die Gewinne aus der Geldschöpfung, sprich die Seniorage, und die Vorteile der Erstverwendung unseres neuen Geldes würden dann der öffentlichen Hand zugutekommen und damit allen Bürgerinnen. Die Frage ist aber, wie würde der Staat eben, die Zentralbank schlägt fest, wir haben Wirtschaftswachstum in einem Vollgeldsystem von 3%, also brauchen wir ein Geldmengenwachstum von 3%. Jetzt würde die Zentralbank dieses Aktivgeld nicht mehr, zins- und tilgungsfrei schöpfen, dem Staatshaushalt zur Verfügung stellen. Und der kann das jetzt über Staatsausgaben in Umlauf bringen oder auch über eine Bürgerdividende oder dergleichen. Und davon würden dann tatsächlich auch die öffentliche Hand und die gesamte Gesellschaft idealerweise profitieren können und nicht von dem Geldschöpfungsgewinn private, gewinnorientierte Unternehmen. Das könnten je nach Wirtschaftswachstum Deutschland jährlich zwischen 15 und 40 Milliarden sein. Das heißt, wir reden da über eine beachtliche Summe an Geldschöpfungsgewinn, der dadurch zusätzlich entstehen würde. Wir haben jedes Jahr den Geldschöpfungsgewinn, den die Bundesbank mit dem Bargeld macht. Das sind, glaube ich, so 2 Milliarden im Jahr, die dann, circa 2 Milliarden, glaube ich, die kriegt dann das Finanzministerium überwiesen. Das heißt, wir könnten die massiv erhöhen. Und ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der uns auch fiskalisch unglaublich viele Möglichkeiten eröffnen würde, es gibt einen einmaligen Umstellungsgewinn, der die Staatsschulden in Deutschland, aber auch in der Eurozone massiv reduzieren könnte. Das hat damit zu tun, in dem Moment, wo ich alle Schiragel-Konten zum Stichtag in dem Vollgeldsystem aus den Bankbilanzen ausglieder, rede ich über die komplette Schiragel-Menge, die im Umlauf ist. Wir haben hier rechts die Grafik, ich weiß nicht, ob es auch nicht gut zu sehen ist, aber wenn wir uns 2019 anschauen, für die EU oder für Deutschland, dann haben wir Schiragel-Geld im Publikum 7,7 Milliarden im Euro-Raum und 2,3 Milliarden in Deutschland. Demgegenüber haben wir eine Staatsschuld von 9,9 und 2,0 in Deutschland. Das heißt, wir könnten tatsächlich in Deutschland, ich habe die Zahlen für 2020 leider nicht nachgeschlagen, tatsächlich unsere Staatsverschuldung mit einem Vollgeldsystem, mit einem einmaligen Umstellungsgewinn finanzieren. Da gibt es bestimmt noch ein paar Fragen dazu, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich es nicht unbedingt verstanden. Nur, das hat einfach mit der Bilanzausgliederung zu tun, dass das ganze Schiragel-Geld peu a peu wieder an die Zentralbank zurückfließt. Das heißt, alles, was die Banken an Schiragel-Geld erzeugt haben und diese Kredite, die noch nicht getilgt worden sind, haben wir ja als Kunden in Summe eine Forderung an die Banken, dass sie uns dieses Schiragel-Geld auszahlen. In dem Moment, wo wir eine Vollgeldreform durchführen würden, wird diese Forderung aus der Bankbilanz ausgegliedert und wird zu einer Verbindlichkeit an die Zentralbank. Das heißt, die Banken müssen nicht mehr als uns auszahlen, sondern sie müssen es jetzt alles der Zentralbank, sprich der öffentlichen Hand, zurückzahlen. Das könnte über Jahre hinweg, das ist ein Prozess, der ein bisschen dauert, auch im Sinne der Banken, damit sie nicht komplett hops gehen, das ist ja auch nicht im Sinne in der Wirtschaft, könnte das funktionieren und über den Weg können wir unglaubliche Umstellungsgewinne erzielen und die Staatsverschuldung massiv reduzieren, was großen Spielraum ermöglichen würde für politische Projekte aller Art, das dann aber nicht Aufgabe eines Folge-Systems sein kann, das auch noch zu entscheiden. Das heißt, im Euro-Raum hätten wir können, wir könnten eine 18% Schuldentilligung verwirklichen bei einer Umstellung. Zusätzlich gäbe es keine Notwendigkeit mehr für die Bundesschuld, die allein im diesjährigen Haushalt 16,7 Milliarden Euro ausmacht. Wir müssten uns nicht mehr als Staat verschulden, wir müssten keine Staatsanleihen mehr ausgeben, wir könnten es weiterhin, wir müssten es aber nicht per se. Auch dieses Geld wäre theoretisch einsparbar und auch das ist unglaubliches Potenzial, wenn man sich, wir reden über einen Geldschaffungsgewinn von 15 bis 40 Milliarden, wir reden von den Bundesschuldposten, der, ich glaube von 2000 bis 2015, der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt jedes Jahr war und jetzt immer noch 16,7 Milliarden Euro ausmacht und von einem einmaligen Umstellungsgewinn, der gigantisch ist. Damit ließe sich tatsächlich viel sozialökologische und auch sonstige Projekte realisieren. Ja, ich komme zum Schluss mit ein paar Gegenargumente, auf die ich nur ganz kurz eingehen will. Das klingt natürlich erstmal wahnsinnig gut und viele Leute haben auch einiges am Vollgeld zu kritisieren. Das ist ja auch im Sinne des offenen Diskurs auch wichtig. Es gibt nicht die eine perfekte Lösung völlig dogmatisch. Nichtsdestotrotz ist für mich das Vollgeld mit die beste Lösung. Ich komme gleich noch auf ein paar andere Möglichkeiten, will aber auf sechs Argumente ganz schnell eingehen. das heißt, es wird ja alles verstaatlicht. Planwirtschaft, Geldschaffung wird verstaatlicht. Die Geldschaffung wird verstaatlicht, das ist richtig. Das heißt, die Zentralbank demokratisch legitimiert, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Zusatz, das ist eine Bedingung. Die muss erfüllt sein, sonst ist es eine Verschlimmbesserung, wenn es blöd läuft. Die wird monopolisiert, es darf nur noch der Staat rausgeben, aber wer sollte sonst so eine kritische Infrastruktur erzeugen dürfen, wenn wir nicht als demokratischer Souverän. Das darf jeder anders sehen, das ist die Position der Monetative. Das heißt aber nicht, dass Banken verstaatlicht werden. Banken dürfen weiterhin gewinnorientiert operieren, die dürfen weiterhin Kreditvergabeentscheidungen treffen, nur müssen sie dafür, wie viele Leute schon glauben, dass sie es tun müssten, Geld sammeln, um es dann vergeben zu dürfen. Dadurch würde auch kein Bankensterben einsetzen. Die Banken könnten sich einfach auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Und wenn wir uns gerade in Deutschland, wo wir einen dreigliedrigen Bankensektor haben mit den vielen genossenschaftlichen Banken und mit den Sparkassen, wo viele Kommunen daran beteiligt sind, uns anschauen, von diesen Spar- und Reifersenbanken ist meines Wissens nach noch nie eine Pleite gegangen. Musst du noch nie insolvent machen, musst du noch nie gerettet werden. Man kann sich jetzt fragen, warum? Weil die sich primär auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, auf Kredite für realwirtschaftliche Zwecke primär, auf Anlage, Möglichkeiten für Kunden oder wirklich klassisches Kundengeschäft, ohne zu heben und ohne an den großen Finanzmärkten im großen Stil mitzuzucken. Das heißt, auch da könnte es auch dem Bankensektor gesunden und auch der Realwirtschaft zuträglich sein. Viele, gerade auch von der österreichischen Schule, sagen, Währungswettbewerb wird natürlich mit einer Zentralisierung der Geldschöpfung verunmöglicht. Das wird ja nicht per se aus meiner Sicht. Der Währungswettbewerb und der gesetzliche Zahlungsmittelwettbewerb würde verunmöglicht. Ein Vollgeldsystem schließt aber nicht Komplementärwährungen aus, es schließt keine Kryptowährungen aus, es schließt keine Stablecoins aus und all die anderen Möglichkeiten, die es gibt. Nur gibt es eingesetzliches Zahlungsmittel, das rechtlich definiert ist, das demokratisch legitimiert ist und jeder, der privates Geld nutzt, das Währungsanbieter gerne innovativ darstellen dürfen, der weiß, dass er privates Geld wählt und er weiß, welches Risiko er hat. Und ob diese Ergebnisse zwangsläufig effizienter sind, meiner Erfahrung nach, als Gegenargument, alles was kritische Infrastruktur ist in der digitalen Welt, tendiert aus meiner Sicht stark zu Monopolisierungstendenzen. Egal was wir uns anschauen, es hat wahnsinnige Monopolisierungstendenzen und ich wage zu bezweifeln, dass es in einem Geldsystem groß anders wäre. Vielleicht hätten wir am Start noch einen großen Währungswettbewerb, aber als gesetzliches Zahlungsmittel würde sich wahrscheinlich einer durchsetzen. und warum sollte dieses eine Geld als Infrastruktur, die wir alle brauchen, privat sein und nicht demokratisch legitimieren. Dann noch kurz, Privatschaffer, Banken können bessere ökonomische Entscheidungen treffen als der Staat. Da schwingt natürlich das Grundbild mit, was verstehe ich unter dem Staat. Habe ich dazu ein sehr distanziertes Verhältnis oder sehe ich es in der repräsentativen Demokratie als einen lebendigen Prozess, das gilt es auszuhandeln, das muss jeder für sich entscheiden, aber die besseren ökonomischen Entscheidungen sehen wir ja. Ich glaube, wir hatten in den letzten 40 Jahren über 450 sektorale Banken- und Finanzkrisen. Inwiefern einzelne Banken, die sehr, sehr stark natürlich, was man gar nicht so vorrufen machen kann, auf ihren Gewinn schauen, wirklich das Gemeinwohl und die richtige Geldmengensteuer etc. im Blick haben, darf bezweifelt werden. Ein weiteres Argument des Folgen lässt sich in Deutschland ja gar nicht umsetzen. Wir sind in der EU, wir leben in einer Währungsunion. Das ist tatsächlich richtig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Land als Vorreiter sein könnte, wie die Schweiz, das seine eigene Währung hat, ist sehr, sehr naheliegend. Nichtsdestotrotz, das könnte man aus meiner Sicht auch ein bisschen mit der CO2-Debatte vergleichen. Da kann man auch sagen, warum sollte irgendjemand was tun, wenn es nicht alle tun. Und nach der Logik nicht irgendwie nach Reformen, nach Lösungen zu suchen, ist das meiner Sicht ein schwaches Argument. Nach der Logik kann man Veränderungen eigentlich, gerade im großen Stil, eigentlich gleich aufgeben, wenn man sagt, das lässt sich ja nicht sofort im Kleinen machen. Kleine Projekte schließt das Ganze ja auch nicht aus. Und so guter lässt sich oben die demokratische Zentralbank. Ich glaube, da haben viele, viele ein Problem damit, auch in dem Vollgeldsystem, eben weil die Geldschöpfung monopolisiert wird. Die Zentralbank eine wahnsinnig große Rolle einnimmt und die Zentralbank, die wir kennen oder das, was wir aus den Medien mitbekommen, ist nicht unbedingt vertrauenserweckend für viele. Und es ist nicht transparent in der Form und das heißt, eine Vollgeldreform setzt eine Demokratisierung der Zentralbank voraus und dafür ein entsprechendes Regelwerk. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und Gedankenspiele. Daran sollten sich auch noch mehr Politikwissenschaftler und andere Menschen beteiligen. Ohne das geht es nicht. Genau. Nichtsdestotrotz, es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Ich bin sicher, es gibt auch im Nachgang noch einen ganzen Schwung an Vorschlägen, über die wir sprechen wollten. Zwei sind für mich ganz entscheidend. Das ist ein bisschen auf einer Metaebene. Wir brauchen eine Demokratisierung des Geldes und auch der Geldimitenten. Wer Geld erzeugen darf auf der Insel oder in unserer Gesellschaft, ist einfach wahnsinnig wichtig. Und damit es die Leute überhaupt verstehen, darüber entscheiden können, braucht es viel mehr Bildung, viel mehr demokratischen Diskurs über unser Geld, dass es verstanden wird. Nicht, dass wir gesehen haben, viele Abgeordnete auch in den wenigen Umfragen, die es gibt, das häufig nicht einzuordnen wissen. Viele haben wir heute über das Folge gesprochen. Das ist auch ganz klar das Kernanliegen des Monotiv-EV. Nichtsdestotrotz, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, die mit Sicherheit spannende Elemente haben. von Kreditlenkung oder auch Window-Guidance im Englischen über digitales Zentralbankgeld, das gut ausgestaltet werden kann und in Schritt in Richtung Vollgeldreform, es kann aber auch sehr, es kann auch ein Einvertór für Negativzinsen sein. Das ist bei vielen von diesen Reformvorschlägen der Fall. Die können gut gelingen oder halt auch schlecht umgesetzt werden im Sinne der Bürgerinnen. Die MMT ist mit Sicherheit eine Analyse-Richtung, die spannende Argumente hat und die jetzt auch gerade viel Aufwind hat. Da gibt es auch einiges mit Sicherheit zu kritisieren, kommen wir vielleicht noch nachher dazu, aber es ist in der Analyse da schon größtenteils auch sehr treffend aus meiner Sicht. Fließendes Geld oder eine Umlaufsicherung sind Möglichkeiten, gerade für Komplementär- und Regionalwährungen wie ein Chiemgauer etc. sind kleine Lösungen, die man eben nicht im Großen erstmal angehen muss wie eine Vollgeldreform. Eine DLT-Technologie, sprich wie eine Blockchain, bietet natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das muss nicht per se Bitcoin sein. Die DLT-Lösungen sind auch sehr, sehr viele um zu übertragen auf digitales Zentralbankgeld, auf unsere Konten, auf ein Währungsregister, in der Monetarität als Zentralbank und so weiter. Die Gemeinwohlökonomie hat mit Sicherheit aus meiner Sicht eine wahnsinnig große Daseinsberechtigung, wenn es darum geht, was machen wir mit dem Geld, das da ist, wie bewerten wir Leistung, wie bewerten wir Wirtschaften, nach welchen Kriterien, ist alles nur monetär oder gibt es auch noch andere Deterien, die auch zu wichtig sind. Und auch eine Vollgeldreform löst nicht per se alle gesetzlichen Regulierungsmöglichkeiten und allen Regulierungsbedarf an den Finanzmärkten. Da kann man bei Derivatehandel auf gewisse Dinge beginnen, bis hin zu einer Finanztransportationssteuer, CAMX und 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 und. Da gibt es ganz, ganz viel, das nach wie vor seine Daseinsberechtigung ganz, ganz wichtig ist und eigentlich idealerweise Hand in Hand geht. Genau, und damit, jetzt habe ich noch mal diese schöne Folie, man kann es eigentlich auch nicht oft genug sagen, das ist Menschen gemacht und das Gestalt war das Geldsystem. Würde ich dann auch zu den Fragen und zu Diskussionen überleiten wollen. Wer sich mehr damit beschäftigen will, gerne auf www.monetative.de Auf unserer Seite gibt es ein großes FAQ oder man kann auch gerne mich unter presse.at.monetative.de kontaktieren, wenn man noch Fragen hat oder Anregungen oder auch Kritik. Ansonsten, vielen Dank und dann wäre ich erst mal fertig. Applaus Applaus Applaus